hallo herzlich willkommen zu einer weiteren folge in fortnight nach wie vor natürlich im early access mein name ist kubana und ich spiele im modus rette die welt die die fortnight battle royal kennen das ist die andere seite also das pve das koop wo man zu viert zusammenspielt und ich spiele jetzt die mission datenbeschaffung im level 40 ja die spiele ich jetzt mal vielleicht habe ich die chancen raderturm zu bauen das wäre ganz gut weil ich brauche noch drei und leider gibt es momentan wieder mal keine raderturm mission in level 40 oder wenigstens irgendwas mit überlebenden da könnte man auch nebenbei noch einen raderturm bauen oder wenn man lager zerstören muss da bietet sich das immer an nebenbei schnell mal noch ein raderturm zu bauen jetzt machen wir halt datenbeschaffung auch gut der wetterballon der spion der natur holen wir ihn rein los finden wir die landestelle und die ist immer so ist landestelle finden geht am einfachsten wenn man mal im himmel guckt und manchmal sieht man ihn also ein fast immer irgendwo in dieser zone du suchst zu fuß und ich aus der luft da ist er wir haben einen bonus im spiel ihr seht ich brauche ein bisschen metall weswegen ich jetzt hier mal lang gehe außerdem gibt es schrauben und schrauben sind bei mir gerade komplett alle also zumindest ist immer die hoffnung dass es auch schrauben gibt ja kipps schrauben sehr schön die brauchen dringend und munition kann ich auch immer gebrauchen ja das war super war ich ein bisschen zu schräg gestanden aber stein brauche ich auch noch was ich wahrscheinlich war das von vornherein absicht irgendwas ist hier wo ist die boxen aufstellen fällt mir doch gerade ein als ich meine musik hörte fiel mir was auf die höhlen haben sie gehasst dann drehe sie auf landeplatz gesichtet cooler fund jeder angriff der sturmkreaturen könnte die daten beschädigen es wäre wohl besser verteidigungslinien um den landeplatz des ballons zu errichten jawohl schrauben 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 super in der letzten mission habe ich sehr sehr viele schrauben verbraucht weil ich viele fallen gebaut habe außerdem ging mir dann auch die munition alle für die die es nicht gesehen haben das video das direkt davor hochgeladen wurde das war eine mission kategorie 3 sturm bekämpfen und ja jetzt sind wir hier schon mal zu dritt das ist schon mal eine ganz gute menge um dieses game zu gewinnen das sollte eigentlich kein problem sein aber ich mache erstmal noch hier meine schrauben mission fertig dann räumen wir hier gleich mal ein bisschen auf damit wir hier was bauen können und ich gehe bei dem wetterballon mittlerweile dazu über tatsächlich nicht zwei hoch zu bauen das habe ich tatsächlich eine ganze zeit lang gemacht sondern tatsächlich nur noch eins hoch zu bauen und dann oben den deckel drauf sobald der wetterballon da ist denn so lang sobald er drin ist kann man ja einen deckel drauf machen vorher nicht das ist klar oh da hat jemand radaturm gebaut das ist super und dann baue ich hier einfach noch ein zwei fallen hin was mir gleichzeitig natürlich die möglichkeit gibt hier später hoch zu springen also ich würde gerne fallen hin habe ich keine habe tatsächlich keine deckenfalle okay so vier stück brauchen wir so gefällt mir das auf gar keinen fall so das sieht ja schon besser aus und hier machen wir natürlich noch das letzte upgrade mit wunderbar so eigentlich habe ich noch von denen ja gut die können wir auf jeden fall verwenden tut mir leid und es gibt ja tatsächlich keinen grund das ding komplett einzubauen also machen wir es auch so sieht schon besser aus und ich würde sagen wir geben ein bisschen munition aus und haben dann auch das hinter uns gebracht so jetzt gehen wir noch ein bisschen auf boxen suche und nebenbei füllen wir natürlich nicht unser Material genau aus Ich hab über die Zeiten auf Tour nachgedacht und ein wenig Steel Wool gehört. Unser zweites Album, Pressure Systems, hab's mir zum ersten Mal angehört und fand es erstaunlicherweise sogar gut. Ja, oder? Das wird kriminell unterbewertet. Die Baseline in Vortex Blues ist der Wahnsinn. Total so blablabla. Hatte Carlos irgendwie an jeder Hand fünf Finger oder sowas? Ja. Weil das die übliche Anzahl ist. Das wusste ich. Ähm. Hier ist doch irgendwas. Ach. Der Serverschrank hat sich gut versteckt. So, dann haben wir noch ein paar mehr. Äh, Stone Chest. Moment, wo ist der da? Ja, die sollten wir uns natürlich holen. Oh, ein weiter Weg. Ja. Oh. Oh. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Ja, sehr schön. Also Storm Chess lohnt sich tatsächlich einfach immer wieder. Kann ich nur sagen. Und wir haben hier noch sieben Minuten Zeit. Das heißt, mit ein bisschen Glück kriege ich noch einen Teil meiner Quest erledigt. Dreh sie auf und weg mit dem Regler, Hüllen und Zermalmer. Die Steel-Wulfokalypse steht bevor. Oh, wow. Sie hassen es wirklich. Ich versuche es nicht persönlich zu nehmen. Sehr schön. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich glaube, mein Visier ist verstellt. Die war mir besperrt. Ich kann jetzt die auch Musik. Oh Gott. Schaffen wir das noch? Was ist das denn? Metall oder? Wir versuchen es. Ist ja jetzt kein großer Turm. Jetzt muss man bloß gucken, dass wir das alles... Das ist nicht, das auch nicht. War da nicht noch einer hier? So. Und dann war das noch hier. Jawoll. Und hier haben wir wieder eine ganze Seite. So. Dann brauchen wir die Treppe. Oh. Mözein. So. 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 eigentlich auch gab es ja was anderes aber ressourcen sammeln ist noch ganz okay zeitlich reicht das und es gibt einen miniboss in dieser west was ich auch sehr schön finde seit wann kann man da rein springen ging das schon immer ich hätte jetzt echt gedacht das ging doch nicht immer ja ich sage noch ein paar ressourcen sind ja noch welche da ja 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 Verteidige die Daten! Erwischt! Willenmesen! Kondition ist niedrig! Und wie? Das Teil erfolgreich abgerufen! Lasst unsere Festung in Ruhe! Was? Die Daten sehen gut aus. Die Daten sehen gut aus. Ja, läuft doch hervorragend. Die Daten sehen gut aus. Ja, läuft sehr entspannt, würde ich sagen. Das hat fast gereicht. Die Daten sehen gut aus. Die Daten sehen gut aus. Sehr entspannt. Ja, wie sollte es auch anders sein? Sehr entspannt. Man kann sich ja dann um Kleinigkeiten kümmern. Ja, ich fange das lieber selber ab, als dass ich das... Da kommt der Miniboss. Oh ja, ich kasse ihn. Hey, die haben wir gerade erst gebaut. Sehr gut. Sehr gut. Die Daten sehen gut aus. Ja, läuft doch perfekt. Miniboss weg. Ich muss mir dringend mal eine neue Nahkampfwaffe bauen. Ja. Ich muss mir dringend machen. Ja. Ich muss mir dringend sein. 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 sehr entspannt wenig lobe habe ich den eindruck oder ich krieg sie bloß nicht mit, weil sie schon immer weg sind, bevor ich komme ja schon könnten ja einige rauskommen ja war nicht anders zu erwarten mit den daten die du sammeln konntest können wir leichter überlebende lokalisieren und schwachstellen im sturm finden sehr sehr schönes spiel sehr einfach ja also zu viert war das jetzt wirklich kein problem tat nicht weh trotz der einen erhöhung nein also diese eine erhöhung macht nichts also drei oder vier erhöhungen dann wird zu spannender aber ist okay also ich meine ich will jetzt auch nicht meckern das ist schon prima ich bekomme erfahrung ich bekomme belohnung was will nicht mehr und darum geht es am ende immer wieder mehr belohnung und mehr belohnung und noch mehr belohnung belohnung loot ein wahnsinn nur verrücktes zeug und wir schauen mal nach auch schon wieder ein haufen querz es ist ja wahnsinn so gold für das frühjahr sturm event und die skizze die gab es ja als belohnung und die schwierigkeitserhöhung dürfte auch noch mal das ist ein gold prägt super ganz erfolgreiche missionen super einfach super easy das hat prima funktioniert ich hoffe wir sehen uns bald wieder bis dahin euer kubaner ciao